Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow Warrior 2. In der letzten Folge weiß ich gar nicht mehr. Ach doch, da hat sich ja diese Olomuti hier in diesem Loch, wo wir immer durch sind. Da hinten irgendwo da. Also hier so oder irgendwo da. Oder hier. Ach keine Ahnung, wo das war. Ne, da ne. Genau, irgendwas durch. Das sieht aus wie so ein kleines Arschloch hier. Ja genau, die hat sich ja und so. Selbst der Dicke, mit dem wir zusammen immer gearbeitet haben oder wenn wir die Aufträge erledigt haben. Jo, gut, die sind nur alle weg. Da würde ich sagen. Aber hier war doch diese Mamushi oder wie die hieß hier, ne. Ach ja, das ist der hier. Okay. Na dann legen wir uns dann mit dem bestimmt zum Schluss auch nochmal an. Meso, du bist vielleicht ein supernatürlicher Pervert, aber du hattest deine Freundin Nummer. Sie hat versucht, dich zu töten? Was eine Überraschung. Nicht die erste Frau, die mich aufzunehmen. Und du kommst zurück, um meine Verabschiedung zu fragen? Nicht genau. Mehr als ein Verabschied. Warum würde ich alles für dich tun? Ich glaube, dass wir uns helfen können. Gehlan. Ich habe Informationen über Kamiko. Ich habe sie gesehen. In der Flüge, trinken von den dunklen Pohlen. Korrupten, außerhalb von jeder Verabschiedung. Und warum hast du sie verabschiedet in der ersten Zeit? Die Gäste müssen sie re-sealte. Ich habe schon benutzt Amiona, aber sie hat sie verabschiedet. Ja, tripsychotisch. Ich bin von sterner Sachen. Ich wollte die Zeal für diese Zeit enden. Ich wollte es für diese Zeit enden. Ich wollte es für etwas, was aus mir kamen. Es war alles für nichts, doch. Kamiko ist außerhalb der Hoffnung. Sag ihn. Really? Sag ihn. Sag ihn, ich bin hier. Sie wissen, das ist nur ihre Körper. Sie ist sie. Sie ist sie. Was? Wo ist sie? Sie ist hier. 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 Sie ist in meinem Kopf, dickwad. Was? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ah, ingenierisch. Ich bin beeinflusst. Ich habe ein Serum, das die Verabschiedung zu ihrer Körper. Wenn wir sie verabschieden, kannst du sie zurückziehen? Herr Wang, ich glaube, wir haben eine Verabschiedung. Und hallo. Kamiko. Es ist gut, dass ich dich endlich kennengelernt habe. Auch wenn es durch diese... ...lösseren Kreaturen ist. Schau dich sehr viel, du schuldige Scheiße! Ayata! Ja, sie ist sehr getestet. Lass uns arbeiten. Okay, du Hyänen-Scheiße. Dann machen wir das mal. Ich komme später wieder. Sollte du mal schön in die Fresse schießen? Ey, mach ich nicht. So, äh... Ach so. Ich habe die Schauspieler über die Bremse von Onishima. Komiko's Körper wird verabschiedet. In der Zwischenzeit gibt es etwas, was ich für Sie zu tun. Oh, jetzt sind wir Favour-Bundes. Ich habe etwas verabschiedet? Das ist wichtig. Das ist für dich so viel wie ich. Es wird einfach nicht so gut, wenn wir die Universität schützen, Minuten später meine Schüße ihn verabschiedet. Du hast einen Punkt. Haben Sie all die Krüge in der Forresten gesehen? Es ist schon seit der Kollision. Nicht in diesem Volumen. In den letzten paar Wochen, Priester der Armeer haben sie alle, wo sie können. Ich denke, sie versuchen zu destabilisieren die Garten. Vielleicht jemand hat nur einen schützlichen Job geschehen die Garten. Die Garten würde es sich behalten, wenn du in den Fällen über deine Station hattest. Es war in der Service für deine Scheine. Ich denke, die Geschichte wird mir vergleichen. Wir müssen über das sehen. Amiona's High Priest ist in der Forrest spawning Oos. Ist das ein Euphemism? Geh und stopp ihn, du Idiot! Ja, ich mache es. Soll ich die jetzt in die Fresse schießen? Nee, mache ich nicht. So. Gar nicht erst lange rumlabern, aber ich habe gerade gesehen. Wie haben wir hier... Oh, was ist das denn? 184! Äh... Also... Kettensäge... Ich glaube... Du musst... Halt! Ich glaube, du musst weichen. Äh... Wagniskomponente... Komponente des Schutzes... Äh... Aspekt... Hexerei... Okay... Warte, ist das hier noch wieder? Achso, ne... Ne, ne... Äh... Gut, die nehme ich jetzt. Ich bin ja begeistert. Wo ist sie? 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 ich bin ja begeistert gut hier ist irgendwo pinke pinke natürlich ist hier wieder ein rondoner nebel hier angesagte schreit hier oben aber hier was ist ich habe immer noch nicht rausgefunden mit dem roten ach ja eigentlich wollte ich das immer mal machen also gucken hier ist man bestimmt schon paar mal gewesen bloß weil was bist du für ein lutscher was ein überleben der tor ein überlegender das macht spaß Oh yeah! Das ist ja cool. Okay, bin ich voll. Wer bürgt hier? Das habe ich gerade mitgekriegt, wenn man die mit rechts festhält. Wenn man die rechte Maustaste drückt. Denn, was ist denn das für ein Ding hier? Oh, 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 oh. Ey. Das ist doch hier... Hä? Ihhh. Das sieht ja fast aus wie hier... Ne? Das sechsbeinige Scheißvieh hier. Ne, vierbeinige Scheißvieh. Okay. Da muss ich wahrscheinlich hochkraxeln. Zeigt euch hier, Lodges. Ach nee, das waren die Hesis. Oh, jagt mich so ein Schrecken ein. Das wird aber durch. Das wird aber durch. Ich bin zusammen. Kommt hier hier. Kommt hoch hier. Na, kommt hier hoch. Hahaha. Na, kommt hier hoch. Oh. Ach, hinter mir ist schon eine. Oh, das Satzvieh kommt hinterher. Ach, hör auf zu husten. Geht weiter. Na, komm hoch hier. Komm hoch hier. Ne, du Scheißvieh. Was stand da eben gerade in niedriger Pisse? Oh, bin ich draufgegangen? Warte, das ist doch noch nicht weg. Jetzt hier. Immer noch voll. Oh, je. Wo ist er? Oh, wo ist er? Aber den ekelhaften Pestbeugen würde ich auch jedes Mal kotzen hier. Ah, ich habe wieder vergessen, mal mit den Tasten hier unten zu arbeiten. Ich vergesse das immer. So, ich würde sagen. Habt ihr das gehört? Das Ding schreit ja wie nix gut ist da oben. Ne, ich werde mal hier lang gehen. Komm her. Oh ne, du olle Spinne. Oder was auch immer du für ein Viech darstellst. Geh mal hoch, geh mal hoch da. Okay, geht nicht. Hä, wo ist denn das Vieh? Da unten ist er doch. Okay. Okay, da bin ich voll. Voll. Das Buch nehmen wir mit. Ne, die wollte ich haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kriegt man ja Schiss, wenn man da tötet. Hilfe. Ist das der da hinten, der so rumwirkt? Nein, die wollte ich doch gar nicht. Ich wollte die hier nehmen. Oh, guck mal. Oh, guck mal hier, da fehlt der halbe Arsch schon. Und das Vieh kämpft trotzdem noch weiter. Oh, die kämpft immer noch weiter mit ihrem halben Arsch. So mich mal frohend. Hm, 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 hm. Watt, wo wär das? Mensch, Alter. Ach, du Scheiße. Na, 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 na! Nein, nicht aufladen, bist du denn so scheu? Okay, ich darf mir da viel zu lange stehen hier. Kleiner Pilz. Weg, 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 weg! Oh, ich versteh, ich komm hier nicht weg! Hör auf! Das sah eben gerade schon wieder mächtig komisch aus. Wie das Fieder ihn gerade gezappelt hat. Äh, da gibt es doch irgendwo noch ein Leben, ach da. Äh, er schiebe ich nicht. Okay. Okay. Erstmal fix aufladen. Also fixen wir ihn natürlich. Subi. Einmal hier hochgestiefelt. Gut. Okay, hier sind aber was Orangenes. Gut, hier komm ich nicht hoch. Ach so, es ist ja auch rum. Okay. Okay, hier ist er irgendwie hoch. Gehen wir doch mal durch hier. Hier vielleicht. Oh, oh. Hä, war der nicht eben hier? Hä? Wie komm ich denn da hoch? Wie komm ich denn da hoch? Hä? Hä? Fällt er hier nicht hoch? Hier vielleicht? Nö, auch nicht. Hä? So, aber wir kommen ja nicht hoch. Okay. Hier kommen wir lang. Nein. Wo ist er denn? Ein Sicht ist das hier, das ist gar nicht gut. Hä? Ah, jetzt ist es wieder unter mir? Okay. Ein Glückskämpf. Aböffne das Tor. Ach so. Machen wir gleich, Jun. Machen wir gleich. Ich bin schon wieder verkehrt hier. So muss ich hier runter. Ne, da. Echt? Hier runter? Ja, ganz ruhig. Ich komm ja schon. Ich komm ja schon. Ich komm ja schon. Auch wenn ich mich ein bisschen dusseliger anstelle, aber ich komm, ich komm. Gude. Oh, da würde ich sagen, wir haben das Tor jetzt hier geöffnet. Und was sich hinter Tor Nummer 1 befindet. Neue Unterhaltung. Ja, das machen wir nächstes Mal. Ach, da steht's ja schon. Tötet den hohen Priester. Ich würde sagen, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann. Haut rein. Tschüss.